Hi, ich bin Alice im Wachträumland und hier siehst du einen Ausschnitt von dem Radiointerview, das Alina Schröder von Das Ding mit mir geführt hat. Warum ist Träumen überhaupt so wichtig, deiner Meinung nach? Ich finde es wichtig, also im Prinzip ist man da mit seinem Unterbewusstsein in Kontakt und für mich ist es einfach, also ich muss immer an Christoph Kolumbus denken, für mich ist das so wie eine zweite Welt, die jetzt immer mehr entdeckt wird von immer mehr Menschen. Und dadurch sind einfach viel mehr Möglichkeiten da und das ist natürlich toll, was man die nutzt. Ja, was ist das Schönste am Träumen für dich? Für mich ist das das Schönste, weil es ist für mich so die persönlichste Daily Soap, also ich habe auch keinen Fernseher zu Hause. Für mich sind die meine Träume das interessanteste Theaterstück in der Nacht und ich lerne etwas dabei. Es ist ganz persönlich auf mich zugeschnitten mit Charakteren aus meiner Wachwirklichkeit, die natürlich Anteile meiner selbst in meinen Träumen widerspiegeln. Und es gibt mir auch dieses Gefühl, dass auf jeden Fall ein Leben nach dem Tod da ist, beziehungsweise dass das Leben viel sinnvoller und gehaltvoller ist, als einfach nur der graue Alltag im Prinzip. Lebst du mehr in deinen Träumen als in der Wachwirklichkeit? Nee, absolut nicht, würde ich sagen. Für mich ist es beides genauso wichtig. Also man kann nur so luzid in seinen Träumen werden, wie bewusst man auch in der Wachwirklichkeit ist. Also beides hat so seine Qualitäten. Im Prinzip muss man, um luzid zu träumen, sich auch bewusst sein, oh, ich bin in der Wachwirklichkeit, wie schön. Die Dinge verändern sich nicht so schnell, die Dinge bleiben da liegen, wo ich sie ablege. Oder also sich einfach auch daran erfreuen, ich bin in der Wachwirklichkeit, schön, und dann ich bin in der Traumwirklichkeit. Weil viele Menschen denken natürlich immer, dass sie in der Wachwirklichkeit sind, beziehungsweise es ist ihnen eigentlich egal, in welcher Wirklichkeit sie sind. Und dementsprechend, also wenn sie morgens aufwachen, denken sie, ach, das war ja nur ein Traum. Aber nur, weil sie sich nicht darüber im Klaren waren, in welcher Wirklichkeit sie eigentlich gerade waren. Ja. Gibt es Menschen, die das gar nicht lernen können, luzid zu träumen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde natürlich sagen, es kann jeder lernen. Und man muss einfach daran arbeiten, diese gewisse Idee, dass man es nicht lernen kann, einfach zu überbrücken. Also im Prinzip, das kann ja auch jeder heutzutage lesen lernen. Und das war früher mehr ein Privileg und heute ist das im Prinzip das Erste, was man in der Schule lernt. Und ich denke mal, wenn das in die Kultur mehr reingeht, dann wird es auch das Selbstverständlichste sein. Hast du schon mal jemandem, dadurch, dass du ihm beigebracht hast, luzid zu träumen, wirklich geholfen in irgendeinem Aspekt? Kannst du dich da an ein konkretes Beispiel erinnern? Also ich bekomme immer sehr positives Feedback in meinen Traumgruppen oder in den Einzelsessions. Also auch wenn die Leute nicht luzid sind, weil die Trübträume oder beziehungsweise die Träume, wo man nicht luzid sind, sind eigentlich genauso wichtig. Also viele Messages oder viele Lösungen bekommt man auch oft in den Trübträumen. Aber der luzide Traum ist natürlich ein Level weiter höher. Mach ein Like unter das Video und schreib einen Kommentar. Ich wünsche dir schöne, luzide Träume. Wie machen wir das Video. Musik 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 Musik